Die besten Zitate sind Sprüche und Aphorismen von Niccolo I. Machiavelli. Jeder sieht, was du scheinst. Nur wenige fühlen, wie du bist. Der Zweck heiligt die Mittel. Nur die Mittel sind gut, zuverlässig und von dauernder Wirkung, die allein von dir selbst, von deiner Kraft und deinem Können abhängen. Nur der Gehorsam dauert, der freiwillig ist. Der Mensch ist von Natur aus ehrgeizig und misstrauisch und weiß sich im Glück nicht zu mäßigen. Wer dauerhaften Erfolg haben will, muss sein Vorgehen ständig ändern. Es ist unklug, immer den Sieg davontragen zu wollen. Die Menschen sind niemals zufrieden, kaum haben sie etwas, so begnügen sie sich nicht mehr damit und begehren noch mehr. Kluge Männer machen sich immer ein Verdienst aus ihren Handlungen, auch wenn allein die Notwendigkeit sie dazu zwingt. Es ist der gewöhnliche Fehler der Menschen, bei gutem Wetter nicht an den Sturm zu denken. Wo die Strafen groß sind, müssen auch die Belohnungen groß sein. Nichts ist so unsicher und unbeständig wie das Ansehen der Macht, die nicht auf sich selbst beruht. Aus keiner Gefahr rettet man sich ohne Gefahr. Vermögen und Ehre sind die beiden Dinge, deren Verletzung die Menschen am meisten kränkt. Da, wo der Wille groß ist, können die Schwierigkeiten nicht groß sein. Fortuna ist ein Weib, und wenn man sie unterwerfen will, muss man mit ihr streiten und kämpfen. Kriege können nicht verhindert werden, man kann sie lediglich zum Vorteil anderer hinaus zögern. Je mehr Macht die Menschen haben, umso mehr missbrauchen sie diese und werden übermütig. Grausamkeiten müssen am Beginn der Herrschaft begangen werden. Eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Es ist ein allgemeiner Fehler der Menschen, nicht in den Zeiten der Meeresstille mit dem Sturm zu rechnen. Die Menschen scheuen sich weniger, einen anzugreifen, der sich beliebt gemacht hat, als einen, den sie fürchten. Nationen, die man unterworfen hat, muss man entweder glücklich machen oder vernichten. Man kann einen Krieg beginnen, aber niemals einen beenden, wann man will. Der größte Feind der neuen Ordnung ist, wer aus der alten seine Vorteile zog. Nicht wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt. Wenn der Teufel Menschen in Verwirrung bringen will, bedient er sich dazu der Idealisten. Nicht der Titel verleiht dem Mann Glanz, sondern der Mann dem Titel. Ich glaube, dass der rechte Weg, ins Paradies einzugehen, der sein würde, den Weg zur Hölle kennenzulernen, um ihn zu meiden. Es ist nicht weise, das zu verteidigen, was man ohnehin aufgeben muss. So ist denn ein Fürst, der das Übel erst dann erkennt, wenn es da ist, nicht wahrhaft weise, was ja nur wenigen gegeben ist. Auch wenn man unterliegt, soll man es in Ehren tun. Wenn du stark bist, dann beginne, wo du stark bist. Wenn nicht, beginne dort, wo du eine Niederlage am leichtesten verschmerzen kannst. Wo man weniger weiß, arg wöhnt man am meisten. Ein Fürst, der nicht weise ist, kann auch niemals weise beraten werden. Wer sich am wenigsten auf Glück verlässt, behauptet sich am besten. Zieh viele darüber zu Rate, was du tun sollst, aber teile nur wenigen mit, was du ausführen wirst. Wenn Reformen dauerhaft sein sollen, so müssen sie langsam durchgeführt werden. Will man jemand einen Gefallen erweisen, so ist es besser, dies ohne Aufforderung zu tun. Eine Eroberung weckt den Durst nach einer weiteren Eroberung. Unsere Sehnsucht wird immer größer, je weniger wir sie befriedigen können. Es ist törig zu fallen in der Hoffnung, jemand zu finden, der einem wieder aufhilft. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir suchen und blasen Sie unseren Kanal und похож Don. Vielen Dank.